Guten Abend meine Damen und Herren und willkommen zu einem weiteren Video von Dead Ops 2 3 ich weiß es gar nicht auf jeden Fall würde ich mir wünschen dass wir ganz viele likes ganz viele Abos in den nächsten Wochen hinkriegen damit mein Internet nicht mehr so behebert ist oder aber schon mal so also der Zerberes gibt mir gefühlt ein klar was ist und es sollte mein Gott warum die Scheiße denn jetzt nötig Fisch Mord und aus Lass Kiel ist schon wieder der Kriege schon wieder zu viel ach so viel Kugel von der Form Pägeschenke ich weiß nicht ob ich das in dem Video die Prozent benutzen darf ich mache es erst mal weg Flammenwerfer Heizung auf ich das 3 3x und Claudio es ist erzählen wie es aussieht mit deinen Vorstellungen äh was ich weiß ja also heute Abend kommt wieder ein neues Video hier eigentlich bin ich jeden Tag und heute Abend gibt es ein schönes TDM das ist schon mal eine gute Ansprache hier auf jeden Fall einschalten ihr wisst ja gerne auch teilen Abo dalassen dann gibt es wie ihr wisst wie ich letztes Jahr schon mal erwähnt habe ist zwar traurig aber 5 Euro mindestens Amazon Liken abonnieren auf die Brust tätowieren ha 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 das ist wie ihr wisst wie ihr wisst ... ja ist mir schlecht ja 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 Ich bin Ich bin Geld 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 also wenn der herrn ist also ich habe jetzt gehen wir müssen aber wenn der herrn ist heute nicht kommt aber ich höchst persönlich keine ahnung wo das ist und denn es dahin laufen oder muss alle kommunikanten so das faktor immer das halb DHL kommt dann wenn du nicht zu Hause bist und herrn ist dann wenn du schon halt kennen willst ja ich habe ihn in die Lieferung kann ich mal vorgucken 10 für alle meine Lieferzeit auch jetzt ego-shooter ein Hachmann er schießt los ja das wollte ich jetzt nicht Level 2 ich weiß nicht ich bin noch nie richtig war also ich bin zwar schon relativ weit gekommen aber noch nie so übel zweit ja jungen wir sind mal Welt 3 oder wo gekommen ja gibt es natürlich auch ein gutes Gameplay von uns verlinke ich auf jeden Fall könnt ihr euch mal angucken oh mein Gott der Wallbang Experten morgen kommt ein Wallbang ja ja eh eh oh mein Gott das gab hier irgendwie das ist nicht ja normal genau 2 Meter links ja ja der Godzilla der ist jetzt nicht so schön meine 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 ach weiß noch als der Acker Ackerarsch so röpsen musste da ah ah wir ja das ist ja die hinlegen das ist ja bestimmt eh gekläft Ja, das wird der E-Graphe. Warte mal. Das ist der Team, ey. Ach. Ach stimmt, nächstes Mal kommt ja das Ding neu update in Grand Theft Auto. Es wird natürlich auch heftig gezockt und aufgenommen, hochgeladen, wie ihr das kennt. Ach, ich finde, jawoll, Hater. Ich hab einen Hater frei, also ich hab einen Hater frei gezogen. Hast du auch einen Hater als ApoRed? Ich hab sogar einen Hater als Hater gezogen. Mein Gott, sein Gefe. Wir spawnen hinter uns, oder? Wir spawnen hier mal wieder in die Hand. Wir spawnen hier mal wieder in die Hand. Mein Gott, ich bin ein Hater. 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 Oh, das war knapp. Oh mein Gott. Ja? Dafür kommt. Ich werde weggesnipen. Eins vor Geist. Und ich habe auch noch eine rechte Gefühle, wie es da einfach nicht passiert. So, ich wurde so recht gefahren. Und so wie ich jetzt immer noch richtig erworben habe. Es sind einfach zu viele. Und jetzt da auch. Ich traue die Gefühle. Ich traue die Gefühle. Ich traue die Gefühle. Ich traue die Gefühle. mein gott sei dort mit dem das ist ja ein und gegen nächste welt ich möchte es ich wollte mich als ich darf nicht wollen kommen hat mein gott Oh, oh. Trackspläge. Keiner in der Lobby heißt McDonalds-Kunde. Da, 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 da. Hallo Ja, genau vor dir Ja, genau vor dir So 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 Erbens kriegt schon erstmal einen auf dem Deck, oder wenn es nicht so springt Ja Das wäre aber schon, das wäre schon absolut gut Ich denke es kommt immer schon, jede Sekunde Auf einmal kriege ich das so gebracht Ich glaube ich bin schneller oben als du denkst Ja Der Postpolis macht die Tür so auf einmal So die Tür zu machen, auf einmal ist es so ein Fuste Oh Moment, Mann Oh 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 Also eigentlich habe ich gar keine Lust mehr Und auf der Lops doch ich war noch ein trennen und gern dieses rennen Das ist geil, ne? Das ist geil. Ich musste am Anfang absolut nicht, also das ist das erste Mal, wie es geht. 200. 150 war halt. Ich glaube, ich habe gerade gegen den V-Water. Man fällt hier auf. Weil ich sehe nämlich jetzt von, dass ich ziehe bin. Oh, das war's für mich. Oh, ja! Hm. Oh, du bist.